Ich habe tatsächlich meinen Schlüssel verloren. Naja, mehr oder weniger bin ich eigentlich aus dem Haus gegangen und habe meinen Schlüssel irgendwo liegen lassen. Ich wusste, er ist im Haus und es war auch gar nicht so weiter schlimm, weil ich war nicht alleine, deswegen bin ich auch nochmal ins Haus gekommen. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, denn ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich meinen AirTag zum allerersten Mal benutzt habe, was nicht für ein YouTube-Video war. Also jetzt kleiner Disclaimer, ich habe natürlich die AirTags alle gekauft und seit Tag 1 habe ich die alle im Einsatz. Ich habe sie für YouTube-Videos benutzt und auf Social Media gepostet, aber so richtig gebraucht habe ich das bis heute eigentlich nicht, beziehungsweise bis vor ein paar Tagen, also das Video drehe ich ja jetzt. Aber was ich damit sagen will, es ist ein bisschen unnötig, denkt man, bis man es eben braucht. Ich habe tatsächlich gedacht, ich kann sie jetzt nutzen, weil ich meinen Schlüssel gesucht habe. AirTags funktioniert super einfach, klar. Das Ganze muss ich euch jetzt nicht erklären. Ich packe einfach das iPhone raus, gehe in die Wo-Ist-App und suche einfach den AirTag und dann wird im Prinzip lokalisiert, wo er zuletzt war. Und wenn man irgendwann mal in die Nähe kommt, dann kann das iPhone tatsächlich dafür sorgen, dass es mich zum AirTag hin navigiert. Und wenn ich das auch noch auf Lost stelle, schafft der AirTag auch ein paar Geräusche. Naja, ihr wisst schon, man kann den AirTag finden. Was mich aber noch viel mehr erstaunt hat, war einfach die Tatsache, wie verkratzt der AirTag tatsächlich aussieht. Überall verkratzt, als wäre ich damit weiß Gott wo gewesen. Man muss auch dazu sagen, klar, ich habe den AirTag wirklich seit Tag 1 an meinem Schlüssel dran, den ich jeden Tag benutze. Aber ich gehe damit eigentlich ganz cool um. Also ich lege den Schlüssel nur in meine Tasche, in dem nichts anderes drin ist und dann lege ich den eigentlich den ganzen Tag darin. Und auch beim Auto lege ich das eigentlich nie irgendwie ab. Er ist immer in der Tasche. Normalerweise sollte er nicht so aussehen. Zumindest nicht dann, wenn man noch extra viel Geld für das Zubehör ausgibt. Beim Zubehör habe ich übrigens auch verschiedene getestet. Also das blaue hier von Belkin oder auch eins von Nomad. Doch die allerbesten sind eigentlich auch die hier von ESR. Denn mein AirTag in der Lederhülle hat echt viel abbekommen. Aber jetzt zum Vergleich, wenn ich jetzt die von ESR anschaue, dann ist da ordentliches Silikon dran. Das ist wirklich gut verarbeitet. Dazu gibt es den Ring, der einfach mit einem Clipper irgendwie geöffnet werden kann, sodass ich weitere Schlüssel dranhängen kann oder den AirTag überall anders befestigen kann, was ich cool fand. Bei den anderen Produkten ist immer so ein Rumgefummle. Jedoch ist auch beim originalen roten Lederwand von Apple der Ring etwas, naja, etwas klein und so richtig eng. Und das ist eben bei den anderen nicht der Fall. Denn schaut mal ganz genau hin. Bei dem ESR 2er Pack, den es für knapp 10 Euro bei Amazon gibt, da ist wirklich kaum Geld, aber da kann man einfach mit so einem Clipper im Prinzip alles dran befestigen. Und das Ganze macht es eben aus diesem Grund so einfach. Außerdem ist auch das Silikon daran super angenehm und es schützt auch einfach den AirTag deutlich besser, als zum Beispiel so dieser globige Belkin Adapter oder diese Hülle von Belkin, die ich hier gar nicht so richtig als freudig empfinde. Das sieht für mich aus wie ein Baby-Spielzeug oder irgendwie so ein Frauen-Utensil. Ich kann es gar nicht zuordnen. Hat mir auf jeden Fall nicht gefallen. Und unterm Strich möchte ich einfach nur sagen, falls ihr AirTags habt, bevor die lange rumfahren und rumliegen, bis ihr sie irgendwann mal verliert, holt euch doch für einen Zweierpack einfach für 10 Euro bei Amazon einfach ein paar Produkte, am besten Fall natürlich von ESR. Aber ansonsten bin ich in diesem Video einfach nur am meisten überrascht, wie selten ich den AirTag bisher genutzt habe. So richtige Empfehlung ist das Ding eigentlich nicht, weil es ist einfach teuer. Aber wir werden mal sehen, wie oft ich ihn in den nächsten Monaten tatsächlich benötigen werde. Falls ich ihn immer noch nicht empfehlen kann, weil man ihn nicht braucht, ist es was Gutes, weil dann heißt es, dass ich nichts verloren habe. Das war es von mir von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya.